Captain Man? Ich hab nicht gesagt, dass Sie reinkommen dürfen. Tja, Pech, du Opfer. Hey, das hab ich Ihnen nicht erlaubt. Ich hab auch nicht gefragt. Oh, bist du ein braves Baby. Oh, mach dir keine Sorgen, du Süße. Wehe, Sie nehmen ein Welpen mit. Das ist nicht Ihr Welpe. Und jetzt ab in den Käfig. Was? Nein, der ist für einen Hund. Eins, dann geh ich mal da rein. Sean, du kannst jetzt reinkommen. Lolo! Bitte sehr. Danke, Captain Man. Ich danke dir, weil du Welpen magst.